Hallo ihr Lieben, ich wollte euch ankündigen, dass es am Mittwoch, den 20. Februar, wieder einen Livestream mit mir gibt. Antonias Sterne live auf YouTube. Und das Thema ist diesmal der Aszendent und die Häuser des Horoskops. Denn viele von euch haben mich gefragt, warum begrüßt du denn immer uns mit Hallo liebe Wiedergeborene und Wiederaszendenten oder Hallo liebe Waagegeborene und Waageaszendenten. Das hat einen tieferen Sinn und den möchte ich euch ein bisschen erklären und beschreiben und das möchte ich euch zeigen mit meinem Horoskopprogramm, wie das aussieht und was der Unterschied ist zwischen einem ganz individuellen Geburtshoroskop und dem Sternzeichenhoroskop, wie ihr das auf YouTube kennt. Und das wollen wir uns auch am Beispiel des Gewinners oder der Gewinnerin der Live-Beratung anschauen. Ihr könnt also wieder eine Live-Beratung gewinnen. Bitte schreibt mir dazu eine E-Mail an info at antonialangsdorf.com und schreibt mir da eure Geburtsdaten rein. Geburtstag, Geburtsjahr, Geburtsort und ganz wichtig Geburtszeit. Die brauchen wir unbedingt für den Aszendenten und auch gegebenenfalls das Land, wo ihr geboren seid. Und schreibt mir dazu, dass es okay ist, wenn wir uns das Horoskop live in der Sendung anschauen. Dann seid ihr dabei und die Verlosung machen wir auch wieder live in der Sendung. Natürlich reden wir auch ein bisschen über die aktuellen Konstellationen. Aber ich wollte diese Sache mit dem Aszendent und den Sternzeichen mal klären, damit wir das sozusagen als Grundlage für die weiteren Livestreams haben. Und ja, wir haben ja noch so viele Themen. Ich freue mich richtig. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt erst mal auf einen tollen Abend am Mittwoch. Ab 20.30 Uhr geht's los. Und falls ihr das Video verpassen solltet oder den Livestream verpassen solltet, könnt ihr euch das nachher auch noch als Video auf YouTube anschauen. Aber in der Verlosung könnt ihr natürlich nur mitmachen, wenn ihr live dabei seid. Denn die findet ja auch live statt. Und wer dann halt nicht dran ist, der kann auch nicht drankommen. Dann wird der Nächste gezogen. Das ist dann klar. Und deswegen schaltet zahlreich ein und seid dabei. Mittwochabend, 20.30 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020